Weiter geht's mit Neck! Wir sind endlich raus aus der alten Mine, müssen Lucas und den Doktor retten und wir sind wieder Mini! Mini bedeutet jeder hier, wirklich jeder, ist der brutalste Gegner für mich! Naja, okay, der hier nicht, aber sonst andere Gegner schon! Was haben wir hier? Salz? Auf jeden Fall kein Schnee! Oh, hier drüben, ein Bohrer! Wir alle wissen, in dem Bohrer sind Relikte drin! Okay, wir werden minimal größer! Einen hauen wir weg, dann rennen wir weg! Moment, hier drüben! Können wir hier drüben irgendwo noch irgendwas mitnehmen? Was haben wir hier? Ah, so einer! No, 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 no! Oh, yes! Ich hab ganz wenig Leben! Ich denke mal, ein Treffer und ich bin wieder down! Energie! Aber Relikte wären mir lieber... Hm... Hier könnten wir eventuell ein Problem haben! Ob wir den hier kriegen? Und hier drüben schnell zu den Relikten hin! Ah, Mist! No! Hat der mir da eine reingehauen? Und schon wieder! Okay, der hier scheint ein bisschen besser zu sein! Also ich weiß, wir können ihn nicht anspringen, denn der blockt hier mit seiner Schaufel! Einmal hier drüben hin! Die Relikte mitgenommen! Und die Runde geht an uns! No, 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 no! Zwei von denen! Oh Gott, ich geh kaputt! Okay, Jungs! Natürlich! Natürlich! Energie! Yes! So machen das die Profis! Einmal hier nach oben! Energie mitgenommen! Ah, ja! Ein neuer Gegner! Wow! Der neue Gegner ist Killer! Aber schon erledigt! Und den kleinen Robo hier noch hinterher! Immer schön sliden! Hä? Oh nein! Drei von denen! Und Salz im Weg! Kriegen wir den hier? Wow! Schnell den Sprung! Noch ein Sprung! No, 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 no! No! Und ich bin wieder hier! Okay, wir hätten zwei volle Energiekristalle! Ich denke mal, den hier, den holen wir noch so! Und die anderen, die machen wir mit dem Tornado da so weg! Mal gucken, wie! Wird schon irgendwie gehen! Erstmal wieder hier runtersliden! Die Relikte mitnehmen! Ganz besonders wichtig! Und, Moment, wir gehen hier in die Mitte rein! Na, also! War doch gar nicht so schwierig! Und auch hier drüben hin! Hier drüben finden wir mal wieder gar nichts! Wo bin ich hin? Na, also! Nach oben! What? Betrug! Ah, wieder ran! So! Und jetzt bitte schön nach oben! Oh, nein! Ich fall doch hier wirklich nochmal runter! Renn, 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 renn! Und? What? Na, also! Geht doch! Mach deine Moves und... Dass wir hier wirklich keine Geheimnisse finden! Was machen wir hier? Einmal den hier holen! Boah, hier oben noch einer! Wieder mal extrem unfair! Okay, Jungs! Ihr wollt es wissen! Ihr wollt es wirklich wissen! Ihr wollt es knacken lassen! Könnt ihr gerne haben! Könnt ihr gerne haben! Tornado! Moment! Moment! Gib mir eine Minute! Denn zu dir da oben komme ich auch noch hin! Warte! Warte! Energie! Die Energie nehme ich lieber noch mit! Denn jetzt gerade können wir natürlich wieder Energie gebrauchen! Okay, noch eine Runde! Jump! Au! Ach, komm schon! No! Also da oben fühlt sich einer wohl ganz cool! Nein, 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 nein! Diesmal nicht! Ich will unbedingt irgendein Geheimnis! Sie bleiben bitte hier drin, bis alles geklärt ist! Wunderschönes Zimmer! Hat die schönste Aussicht im ganzen Schloss! Waren wir wirklich so berechenbar, Katrina? Ja, waren Sie, Doktor! Sie wollen die Wahrheit? Es schmerzt mich! Sie sind so talentiert und doch bekommen Sie nichts hin außer Projekten wie diesem widerspenstigen Maskottchen! Aber Viktor, er hat Visionen! Beobachten und lernen Sie! Die Welt wird sich ändern und er bewirkt diese Veränderung! Die Wahrheit ist, ich hoffe es gefällt Ihnen hier drin, denn Sie werden keinen Schritt hier raus tun, ehe Sie sich zusammenreißen und mit Viktor zusammen statt gegen ihn arbeiten! Oh, und Lukas, das hier musst du verloren haben! Ich dachte, du könntest das vielleicht brauchen! Okay, die Lady ist aber auch ganz schön merkwürdig! Erst so gemein und dann auf einmal gibt sie Lukas den Anhänger wieder zurück und ich denke mal, der Anhänger wird irgendeine Bedeutung haben, denn wir haben ja gehört, als sie ihn verloren hat, das ist das Letzte, was ich von ihnen habe! Ryder ist nur sein Onkel, der Professor ist auch nur irgend so ein, ja, Lehrmeister kann man sagen! Also seine Eltern kennen wir gar nicht! Aber erstmal hauen wir die hier weg! So, hier drüben! Energie! Die wir natürlich mitnehmen! Oh yes! Relikte! Relikte sind immer gut! Wen haben wir hier? Den hier hatten wir doch schon! Oder so ähnlich! Wow! Meine Güte! Okay, den hier hatten wir noch nie! Hm, holz! Oh yeah, Woodkneck! Die hölzerne Macht! Wenn wir jetzt noch brennen können, wäre richtig genial! Na, die hauen aber ganz schön rein! Können wir brennen? Nein, hier drüben können wir leider nicht brennen! Noch mehr Holz! Yes, hier drüben! Energie! Ich dachte schon, wir hätten ein Geheimnis! Würde langsam mal wieder Zeit werden, dass wir hier ein Geheimnis finden! Na, wen haben wir denn hier? Na, wen haben wir denn hier? No, 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 no! Oh man, ich war in der Luft! Ich konnte gar nicht springen! Und da gehen wir down! Und ich bin wieder hier! Den ganzen Weg wieder! Einmal! Erstmal den hier, dann den hier! Wir kloppen uns durch! Ohne Probleme! Und wieder hier rein! Die Energie natürlich mitgenommen! Wie könnte es anders sein? So, mein Freund! Noch eine Runde mit dir! Wir sind ziemlich stark! Man sieht, wir hauen rein! Na super! Wieder kein Geheimnis! Schnell ran hier! Hm, sollen wir mitnehmen? Na komm, nehmen wir mit! Nein, 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 nein! Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis! Hier kommen wir gar nicht durch! Da hinten sehe ich einen riesigen Kamin! Ich habe eine Idee! Ich habe eine Idee! Yes, wir brennen! Ich wusste es! Wir können brennen! Ich brauche Holz! Nochmal hier hin! Moment! 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 Und ich wette, die hier können wir niederbrennen! Oh nein! Nur Holz! Ich hätte so gerne ein Geheimnis! Okay, wir müssen schnell sein! Denn wir verbrennen natürlich! Die halten mehr aus! Und wir nehmen eine Ladung mit! Und noch eine rein! Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis! Ich fühle es! Irgendwo hier in der Nähe muss eins sein! Ich will wenigstens einen Gegenstand zusammenkriegen! Nur einen! Mehr will ich gar nicht! Nur einen Gegenstand! Burn, burn, burn! Oh yes! Und wir kriegen einen Diamanten! Und zwar ein Relikt! Wieder ein neues Relikt! Sehr, sehr selten! Zehn Teile brauchen wir! Kriegen wir niemals zusammen! Und ich bin wieder klein! War hier ein Kamin noch in der Nähe? Ah, hier drüben! No! Yes! Ich dachte schon, der holt mich! Na, Freunde! Brenn der Tornado! Boah, Öl! Flammen gegen Flammen! Doch meine Flammen haben gewonnen! Kein Problem! Gerade noch weggeholt! Mir ging hier schon der Zunder aus! Autsch! Wow! Ich will leben! Kommt schon! Das kriegen wir hin! Necky Boy! Sprengen! Kriegen wir den noch? Kriegen wir den noch? Den kriegen wir noch! Nein! Oh Gott! Wirklich! Ah! Haha! Was für ein Spiel! Wie? Ich bin wieder hier unten gewesen! Wie? Ich bin wieder hier unten gewesen! Aber nur ein wenig! Hep! Energy! Nicht nach unten sprengen! Okay, ganz langsam! Ganz langsam! Und schön hier die Relikte mitgenommen! Meine Wege nehmen wir mit! Au! What? Ein Treffer! Wie? No shit! Super! Ich warte hier! Mach dein Ding! Mach dein Ding! Okay! Okay! Da bin ich wieder! Der gute alte Neck! Wood Neck! Ah! Moment! Kommen wir noch nach oben? Oder brennen wir aus? Ne! Reicht! Noch ein bisschen Holz hier mitgenommen! Obwohl wir hier einen Kamin haben! Eigentlich unnötig hier Holz mitzunehmen! Wen haben wir hier? Natürlich! Der wieder mit dem Öl! Einmal ran hier und nach oben! Oh nein! Ich verliere Teile! Kann ich hier durch? Okay! Jetzt bin ich wieder unten! Einmal hier so eine Ladung mitgenommen! Hello, my friend! No, 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 no! Lass stecken! Weggeprügelt! Weggeprügelt! Mit der letzten Energie! Und jetzt ganz schnell hier... Wow! Wow! Oh, shit! Ich bin wieder hier! Schneller! Wir müssen viel schneller sein! Ignorieren wir! Ich habe keine Zeit für den! Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit! Schnell hier eine rein! Und wir holen den hier! No! Meine Güte! Wie viel Damage! Und wieder hier! Hallo! Auf Wiedersehen! Guten Morgen! Ignorieren wir! Hauen wir weg! Weg! Weg mit dem hier und schnell hier ran! Den kriegen wir noch! Brennen, 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 brennen! So, ich bin wieder hier oben und ich denke mal, wir müssen die nächste Runde machen! Eben gerade waren wir hier! Dann gehen wir hier hin! System! Immer schön mit System! Und wieder nach oben! Daneben gesprungen! Mal sehen, ob wir es noch hinkriegen! Oh Gott, wie weit nach oben! Nummer 3! Immer schön drauf hier! Der brennt und lebt immer noch! Wie kann der immer noch leben? Der stand in Flammen! Komm, den kriegen wir noch! Und ran hier! So, da wären wir! Viktor Schloss! Dächer und Welle! Der tat weh! Nein! Noch eine Runde! Natürlich! Wieder hier im Sprung geholt! So, meine Freunde! Auf jeden Fall hier im Tornado! Denn die hier, die hätten mich fertig gemacht! Geheimnis! Sogar ein richtiges! Meine Güte! Nur noch ein Teil! Nur noch ein Teil! Wir kriegen hier irgendwas zusammen! Und ihr dachtet, wir würden das niemals hinkriegen! Und ihr dachtet, wir da auch ein bisschen mehr! Das ist es! Nein! Und ihr hinkriegt hier! Und ihr hinkriegt hier! Und ihr hinkriegt hier!